5 Minuten Zeit nehmen, euch Quality zu zeigen. Das ist das Tool, was wir nutzen, um alle unsere Webseiten zu testen. Momentan sind das ein paar Dutzend. Für die Demo zeige ich euch einfach mal 5. Als Disclaimer vorab, ich bin auch die Person, die Quality erfunden hat. Ich werde das jetzt aber nicht werbelastig machen. Also viel Spaß damit. Das ist Quality, Quality.io. Ihr meldet euch einfach an. Wir loggen uns ein. Hier sehen wir gleich die Projekte, die wir alle haben. Das sind viele Privatprojekte im Moment. Nehmen wir mal meinen alten Blog. Blog, PHP Hates Me, beziehungsweise The Web Hates Me. Gehen wir hier rein. Und jetzt sehen wir schon alles, was man über dieses Projekt wissen muss. Was Qualität angeht. Also Uptime 100%, Performance 100%, SEO 99%, Content 100%, Tech 100%, Security 100%. Hier sehen wir so einen groben Überblick. Die Idee ist einfach, wenn hier alles grün ist, muss ich gar nicht weiter gucken. Und das ist halt die schöne Sache. Das versteht ein Projektmanager. Grün ist halt gut. So, klicken wir hier rein. Hier sehen wir die Erreichbarkeit. Aktuelle Erreichbarkeit ist 100%. Das heißt, alle URLs, die ich tatsächlich hinterlegt habe für meinen Blog, werden auch erreicht. Da ist die Grundidee, nicht einfach nur die Homepage zu testen. Wenn die funktioniert, dann funktioniert alle Seiten. Sondern sich für jeden Seitentypen einen Repräsentanten rauszusuchen und gucken, ob der funktioniert. Ich habe früher relativ viel an meinem Blog gebastelt. Das heißt, mal ein paar Pages umgebaut. Dann eigene Widgets installiert. Also das ist häufiger kaputt gegangen. Deswegen habe ich gesagt, eigentlich wäre es doch ganz schön, alle Seiten, die irgendwie kaputt gehen können oder unabhängig von anderen Seiten kaputt gehen können, auch hier mit in der Überwachung zu haben. So, das heißt, hier haben wir jetzt die Sitemap mit drin, die Startseite, eine Suchergebnisseite, das Impressum und die Robots-TXD. Wird alle fünf Minuten überwacht. Natürlich könnte man auch einmal die Minute überwachen. War mir jetzt aber an der Stelle egal, weil ich eh nicht so schnell reagieren kann. Was machen wir noch? Performance überwachen. Das heißt, wir gucken uns Server-Ladezeiten, Browser-Ladezeiten, Seitengröße, Große Elemente, Google Lighthouse Performance an. Da sind die Werte auch alle okay. Hier sehe ich, wie schnell hat der Browser ein Time-to-Load-Event gefeuert. So, SEO ist auch. Wir gucken uns die Sitemap an. Google Lighthouse. Fragen einmal am Tag, ob die Seiten mobile-friendly sind. Gucken uns den Inhalt an. Technik. Wir suchen nach JavaScript-Fehlern. Sicherheit. Das ist so der Klassiker. Zertifikat angucken. Gucken, ob HTTP-Content auf HTTPS-Seiten ist. Und was ich noch ganz nett finde, ist so eine Cookie-Analyse. Da ist es so. Ich kann sagen, es dürfen maximal fünf Cookies auf der Seite sein. Hier ist im Moment eins. Sobald mehr als fünf Cookies da sind, das heißt, mein Cookie-Consent-Banner ist kaputt gegangen, kriege ich eine Mail. Also kriege ich einfach einen Alarm. Das finde ich ganz praktisch aus DSGVO-Gründen hier in Deutschland. Das sind Tests, die werden alle fünf Minuten gemacht. Also das Uptime-Monitoring, beziehungsweise einmal die Stunde diese große Analyse, wo wir Cookies setzen. Load-Zeiten, SEO-Analyse und so weiter. Das ist das, was kontinuierlich passiert. Zusätzlich kann man jetzt die Webseite auch noch nach Fehlern durchsuchen. Das heißt, wir haben ja jetzt uns punktuell URLs rausgenommen, die wir überwachen. Wir wollen aber auch irgendwie redaktionelle Fehler finden. Das heißt, ich könnte jetzt hier einfach sagen, such bitte mal nach toten Links. Und jetzt fängt der Crawler an und sucht nach toten Links auf der Seite. Bis zu 500 URLs. Und das war es dann schon. Genau, ebenso kann ich auf fehlende Bilder gucken. Also, ich graue mich einmal durch. Jede Seite wird im Browser einmal gerendert. Und wenn der Browser sagt, oh, ich habe da versucht ein Bild zu laden. Das kann bei JavaScript passiert sein. Das kann aber auch im HTML drin sein. Solche Fehlermeldungen kriegen wir mit und sagen, okay, da war was, was er versucht hat, was aber irgendwie viel geschlagen ist. Und natürlich nach großen Dateien. Das heißt Bilder, Videos, die ich auf der Seite habe. Aber hier sehen wir schon, da ist nichts passiert. To the Links können wir ja mal reingucken. Ja, da ist auf der Seite, hier sieht man, dass es auch in den Kommentaren passiert, ganz viele Leute. Ist wahrscheinlich Spam. Gut, also das ist das, was so das Standardprogramm ist von Quality. Das Ganze kostet 10 Euro im Monat. Ich empfehle das immer an Leute, die halt mit ihrer Webseite ein bisschen Geld machen. So, wo 10 Euro einen Ausfall von einem Tag kompensieren kann. So, das ist so meine Empfehlung. Wenn man einen Blog hat oder so, dann braucht man das nicht. So, dann ist es natürlich schön, die Daten zu wissen. Die kann man sich auch irgendwo kostenlos immer zusammensuchen mit ein bisschen Aufwand. Wenn man das professionell macht, ist ja 10 Euro kein Geld. Wenn man nur einen kleinen Blog hat, würde ich immer empfehlen, holt euch ein Uptime Monitoring Pingdom Status Cake. Da seid ihr ja irgendwie zwischen 0 und 5 Euro seid ihr da schon dabei. Links würde ich auch in die Beschreibung dann reinpacken. Genau, was wir noch zusätzlich haben, sind unsere Widgets. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein WordPress Widget installiert oder ein Plugin installiert. Damit kann ich meinen WordPress Blog besser überwachen. Das heißt, an der Stelle weiß ich, okay, es gibt gerade eine neuere WordPress Version, die sollte ich vielleicht mal installieren. Zusätzlich weiß ich, ich habe zwei Plugins, die veraltet sind. Da sollte ich vielleicht auch mal die updaten. Einfach aus Sicherheitsaspekten. Kann ich auch gleich von hier aus machen. Das heißt, ich klicke an, wird jetzt geupdatet. Das heißt, wir kommunizieren jetzt mit dem Server oder mit dem Blog. Da haben wir vorher das Quality Plugin installiert. Das findet ihr auch auf WordPress.org. Plugin Nummer 1 wurde geupdatet. Jetzt fangen wir mit 2 an. So, wir haben die geupdatet. Beim nächsten Durchlauf des Tests, der passiert alle 5 Minuten, wird das jetzt wieder grün werden. Ein paar Serverinformationen. Die Platte ist nicht voll. Niemand hat die HTXS angefasst. Und so viele Spam-Kommentare oder Pending-Kommentare habe ich. So, jetzt mal auf die Uhr gucken, haben wir die 5 Minuten schon. Was man hier jetzt noch einstellen kann, ist die URLs, die ich gerne überwacht haben will. Hier wird schon vorgeschlagen, was man noch machen sollte. Also eine Artikelseite. Vielleicht, wenn man eine Kontaktseite hat, den ganzen Legal-Bereich und so noch zu überwachen. Und bei der Alarmierung kann ich halt sagen, okay, an der Stelle hätte ich gerne, wenn ein kritischer Fehler auftritt, hätte ich gerne sofort eine E-Mail. Wenn es ein leichter Fehler ist, also die Webseite ist langsam oder ich habe einen toten Link oder sowas, dann reicht mir das, wenn ich einmal am Tag eine Zusammenfassung dieser Fehler kriege. Und das kann ich hier einstellen. Zusätzlich könnte ich mich auch per Slack informieren lassen oder per Microsoft Teams im Moment. Genau, was die Plugins angeht, haben wir die Alarmierung drin. Wir können auf Barrierefreiheit überwachen. IETF Health Checks. Wir haben Magento 1 und 2 Plugins. Man kann natürlich die Seitenlimits erhöhen. Shopware 5 und 6 haben wir. Oder die Tiefe der Crawls kann man sagen. Ich hätte gerne, statt 500 würde ich gerne 5000 URLs überwachen. Dann kostet das einen Aufpreis. Aber für unsere Webseiten brauchen wir das gar nicht. Ja, das ist das, so wie wir es einsetzen. Im Normalfall bleiben wir auf dieser Seite. Das heißt, ich gucke einmal am Tag irgendwie da morgens rein. Sehe, es ist alles, naja, grün. Genau, das ist Quality. Die Idee ist, ich habe es jetzt mal kurz gezeigt. Vielleicht ist es euch gefallen, dann guckt es euch selbst mal an. Es hat euch nicht gefallen, dann braucht ihr auch gar nicht drüber weiter nachdenken. Das waren 5 Minuten über Quality. Viel Spaß beim Ausprobieren.